Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Kingdom Hearts Rechain of Memory Dann, äh, wollen wir mal I don't know, wie ich diesen Kampf stehen soll Echt nicht Echt jetzt Ah Hier, ja Tasting this Ja, ja, ha Ha, ha, ha Hier, ja Ha, ha, ha Ha, ja, I shall breathe you Ja, here you go Taste this A wonder Ha, 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 ha Dire Ha, tasting this You imbecile Nein, 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 gerne Ha, ha, ha Ja Ich hatte erst die Null Dann hab ich die Dingskin 3 selber ne Dreiercombo gemacht Warum hat das nicht funktioniert? Ich hab ihn doch weggenullt Weil man hat doch mal wieder ne Dreiercombo so plötzlich gehabt Wo hat die hergehabt? Wo hat die sich aus dem Arsch gezogen oder was? Ich hab doch die weggenullt Ich hab doch ne Null benutzt Ich hasse diesen Typen Genau so wie sein Fake-Wiggo Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Here you go Thunder Ah Freeze Fire Ha, ha 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 Hahahaha! Pfeil! Power! I shall please you! Shatter! You are flying, Carver. Nein, ich hab's gewöhnt. Ja, 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 ja! Here you go! Heel! Ha ha! Thunder! Freeze! Fire! Taste this! Ja, ja, ja! Courage! New Imbusville! Power! Here you go! Taste this! Yeah! Come to me, Ice Blade! Yeah! Ha! Ha ha ha! Courage! Ha! Power! Power! Courage! Taste this! Thunder! Freeze! Fire! Power! Tunnel! Guppy! Boil! Freeze! Taste this! Ja! Ha! Ja, danke! Darf ich? Alter, ich bin schon wieder am zittern. Ich bin schon wieder echt durch. Ich habe schon wieder echt nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, ich muss schon wieder tausend Jahre grinden, bevor ich überhaupt wieder was geschissen kriege. Ah, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn besiege. Ja, danke. Die brauche ich eh nicht. Ich benutze die eh nicht. Dankeschön. Du hast so viel Kraft, sogar in der mercy von deinem Erinnerung. Das ist nichts, nur Riku zurück. Riku zurück. Riku zurück? Riku zurück? Riku zurück? Riku zurück? Riku zurück? ausscheinend in die Dunkelheit? und ihr will share that fate, Sora. Riku zurück? Riener du noch nach der Nami-Ne? Rellen Sie mit ihr? Richtig. Richtig. ...und end up becoming Marluxia's pawn! Marluxia? Was ist Naminé? Hat mit... Axel! Yo, Sora! Ich habe dich auf ein schlechtes Mal gesehen? Axel, warum? Ich... Ich komme, um zu stoppen dich von zu sprechen zu viel... ...zum zu eliminieren deine Existenz. Nein! Ich mach das nicht! Wir sind nur Nobodies, die niemanden zu sein haben, und wir sind immer noch. Aber jetzt kannst du nichts sein, statt nur ein Nobodies zu sein. Du bist auf den Weg. Nein! Bitte nicht! Ich will nicht... Goodbye. Ja, okay, ja, ich mein... ...so ganz hoch plötzlich. What are you? What are you people? Tja. Tja. Don't know. I wonder about that myself. Nicht wirklich herzlose, aber sowas in der Richtung. Das ist übrigens Ansem auch. Irgendwie sowas in der Richtung, keine Ahnung. Ja! 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 Wie gesagt, so lange sollte es eigentlich gar nicht mehr gehen. Ich bin so viel zufrieden. Den nehme ich noch mit. Oh! Oh, okay! Dann nicht! Ey, 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 ey! Mal schauen, was uns erwartet Die nächste Szene Wir sind nicht sicher, ob Sie es in Ihren Bogen haben, um einen Mitglied zu entfernen. Ja, ich glaube, dass Sie das gemacht haben. Es ist Zeit, um uns zusammenzunehmen. Die Organisation zu nehmen wird, wie ein Kind mit den drei von uns zu spielen. Also ist das, wo Sora kommt. Natürlich. Er will sehen Naminé, also warum nicht nur ihm was er will? Ich bin glücklich, Naminé. Die Zeit ist für Sie, um die Heroin zu treffen. Ich bin glücklich. Aber ich sage Sie, dass Sie nicht tun, was er zu tun hat, Sora? Ich verstehe. All you need to do is layer Sora's memories and bring his heart closer to you. Ja. Tja. Sie ist auch ein Nobody. sondern wenn du sie auch selbst eraust. Und Europa ist das. Ja, ich habe ihn mit einem Besuch. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Aber es ist nur ein kein Problem. Ich bin glücklich. Wieso hat sie ihm die gleiche Erinnerung eingepflanzt? Das war die Erinnerung der Nacht. Ich würde sie schützen. Ich habe das gesagt. Geh nicht! Du warst nicht die Erinnerung der Nacht. Du warst nicht die Erinnerung. Das war die Erinnerung der Good Luck Charme zu mir. Die Erinnerung? Was? See? Tell me. Where did you get that? Kind Kumpf gegen Dings? Sora. Good try. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. What? Two of them? Fake should be destroyed! Doch und dran. Alter. Warum? Nein. Nicht schon wieder Riku. Ich habe gehofft nie wieder gegen ihn kämpfen zu müssen. Riku ist wirklich der einzige. Und ich hatte wirklich Respekt überhaupt. F Spring zweite сил aus mercy. ZumTIgen! Ok doch. Also, habe ich falsch Om! Ich Kath streamline! Aber genau! Ich habe fixiert. Power! Heel! Skillbeam! Tunnel! Courage! Ja! 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 Ah! Eieieiei, mein gut, dass ich das aufgepeppt hab, ey! Holy, holy, holy! What the hell? Dankeschön! Wie er auch immer grinst! Ah! Ja! Riku! Ja! 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 Oh! In die Insel! In die Insel! Ja! Was ich dann... Ne? Das sollte doch gleich zeigen, dass es fake ist. It's fake! 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 Ja! 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 Meine Nominate ist der only thing you talked about. Ja, und Carrie hat sie komplett vergessen. Maybe you should just slow down and think ahead about some of these things. Think ahead? What is the matter with you guys? Do you want me to abandon her? No, that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Nominate. Carrie! Aber die haben recht, es ist halt ne... Es zeigt halt, dass es ne Fake-Erinnerung ist. Weil die können ja halt nicht beide die gleiche Erinnerung haben, ne? You're all that he's got left. So then. If you don't stop this, no one will. But I... it's too late. You shouldn't give up just yet. Say, Nominate, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? What are you... saying? Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Now this... should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know? Ja, wie gesagt, Axel ist eigentlich auch kein verkehrter Kerl, ne? Ja. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Tja. Sara? That was no way to keep it to yourself! Tja. Und das auch nicht. Einmal schmau ich hohn. Tja. Und das auch nicht. Aber das... was will man machen, ne? Er ist halt sehr fest, dass das alles bar ist, dass das Asyl ist und... Ne? Will halt nicht dran glauben, dass das eventuell fake sein könnte. Ich meine, er hat sogar Kairi vergessen, ne? Und wieder zu Hause. Ich werde doch nicht langsam verrückt, oder? Ich weiß genau, wo ich hier bin. Ja, das ist unsere Insel. Auf der Namine und ich früher... nein, Kairi und Riku. Hey! Ja. Und die drei sind auch da. Was geht so? Was wollen wir denn heute anstellen? Hey, Leute! Schön, euch zu sehen. Ähm... Er was? Haben wir Essen im Gesicht? Also bitte, Waka. Nur du wärst blöd genug. Wer würde denn nicht merken, dass ihm Essen im Gesicht klebt? Hey, sagte! Das ging jetzt aber unter die Gürtellinie. Ich weiß nicht, Waka. Selfie hat doch recht. Nicht auch noch du, Tidus. Äh, genau. Ihr seid Selfie, Waka und Tidus. Alles klar mit dir? Äh, ja. Ich hab bloß laut gedacht. Ich weiß, du denkst schon wieder an sie. Jetzt kapier ich's. Er wird total zum Zombie, wenn er an sie denkt. Das würde auch erklären, wieso er sich so merkwürdig verhält. Ich wette, du willst, dass ihr abhauen, damit ihr zwei allein sein könnt, hm? Äh, kann sein. Schon gut, schon gut. Wir verschwinden für eine Weile. Schnapp sie dir, Cowboy. Wir versuchen auch leise zu sein beim Belauschen. Hey, Sora. Er meint es ernst. Gib dem Kerl etwas, äh, Freiraum. War nur ein Witz. Bis später, Sora. Ja. 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 Das war's. Ruh! Ja, ha! Ja, ra! Ja, ra! Ja! Das war's. Das war's. Ja! Ja! Thunder Freeze Fire Courage On diese Hunde weg Verdammt Nein, ich lerne es wirklich nie Thunder Freeze Fire Power Courage Ich sollte definitiv das Deck nochmal ändern Oh, okay Ich behalte es erstmal so Falls ich doch nochmal die Nullen brauche Damit ich nicht wieder, äh Ne Wie lange brauche Oh, okay Das geht schnell Das geht schnell Hm Ich könnte mal wieder Mokri-Raum gebrauchen, ne Das geht schnell Das geht Das geht Das geht Das geht Das geht Das geht Okay Okay Jo Dankeschön Ich glaube Dann kommt der einmal weg So Das kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Ne Ne Das behalte ich noch Weil ich das halt noch nicht so oft hab Das geht Das geht Das geht Das geht Okay Ja Ja komm Warte mal Da Was wir gesagt haben Das war doch hier irgendwo Hm Okay Ach, da ist die Tür Guck Ähm Dann so Guck gleich noch mal wie viele Räumen es überhaupt gibt Ah, Okay Also geh wir als nächstes hier hin Ich war gerade zu schlank. Ich hatte schon gedacht, dass ich die Klagen nicht ran. Könnt ich mich mal bitte hier alles einbömmeln lassen, Dankeschön. Eier eine bodenlose Frechheit. Ja! Thunder! Freeze! Fire! Fire! Courage! Power! Okay! Ja! 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 Schon wieder! Ich hatte gehofft, dass er diese zuerst einsammelt. Ja! 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 Ja, ja, ja. Tja, und weg ist es. Ja, ja. 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 Ah, sorry! Ich meine, es war die letzte, ne? Kann man das ja auch mal machen. Ah, ich muss einmal außenrum. Clever! Oh, bei dem anderen Raum habe ich das gar nicht gemacht, ne? Ups, aber vielleicht bald auch keiner. Na ja. Nehme ich mal mit, ne? Freeze! Fire! Power! Courage! Ja! 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 Ha! Ja! Ha! Ha! Okay. Aber ich würde sagen, ich beende erstmal den Part. Wir machen aber am nächsten Mal weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann! Bye! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020